Lernen Sie den neuen Ultima Canon, einen modernen Token mit einem leistungsstarken Backend. Sein Hauptziel ist es, ein sicheres Zahlungsmittel für hunderte von Millionen Menschen zu werden, unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer Ausbildung oder ihren technischen Ausstattungen. Es handelt sich um einen einfachen, benutzerfreundlichen und sicheren Token, der als Brücke zwischen der traditionellen Wirtschaft und der Kryptowelt anerkannt ist. Mit ihm können Händler ihre Waren gegen Kryptowährungen verkaufen, Projekte können Finanzmittel für ihre Ideen beschaffen und Nutzer können schnell und sicher Transaktionen durchführen. Der legendäre Ultima läuft jetzt auf Smart Blockchain, einer fortschrittlichen und effizienten Blockchain, die von einem Team von Entwicklern mit mehr als einem Jahr Zehnderfahrung auf dem Markt entwickelt wurde. Das bedeutet, dass sich die Transaktionsgeschwindigkeit um das Hundertfache erhöht und der Zugang zum Tokenmanagement einfacher wird. Und die Integration in Ökosystemprodukte wird es den Nutzern ermöglichen, die Leistungen des neuen Tokens zu schätzen. Ultima auf Smart Blockchain ist ein großer Schritt nach vorne, nicht nur für unser Ökosystem, sondern für den gesamten Kryptomarkt. Es ist die Zukunft der Branche, die wir heute gemeinsam mit Ihnen gestalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017